Moin moin, liebe Leute! Willkommen, äh, wieder zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past und ich bin mir nicht gerade, ich war ganz sicher, ob ich das falsch eingestellt habe. Nein, das ist richtig eingestellt. Okay, weil ich musste den Controller nochmal neu einstellen. Aber wie wir sehen, geht das doch. So, äh, achja, ich bin ja auf dem Gamer, nicht auf das Netz. Und wie rufen wir denn hier die Karte auf? Also, äh, ah, wir müssen in die Wüste. Stimmt ja. Okay, dann mal ab in die Wüste. Wir haben die Stiefel bekommen. Damit können wir jetzt noch nicht so viel anfangen. Wobei wir allerdings auch die... den Hammer bekommen haben. Glaube ich. Müsste man mal gucken, haben wir den Hammer bekommen. Nein, haben wir nicht. Ah, ich hab einen Bogen bekommen. Ach, ich, Entschuldigung, ich hab gerade die Schattenwelt mit der Lichtwelt verwechselt. Entschuldigt. So, schnell hier lang. Und schon falsch gelaufen. Schnell zurück. Schnell hier lang. Also irgendwie erscheint mir die Musik was laut. Ich guck mal, ob die nicht ein bisschen... Hier ist der Mixer. Mixer. Okay. Dann, äh, spielen wir mal weiter. Äh, äh. Hä? Achso, ich muss ich... Ja, ich drück die ganze Zeit hier den linken Knopf, aber mit dem schlägt man gar nicht. Weil das ja der Game Boy ist und der nur zwei Knöpfe hat. Aber wir könnten hier mal reingehen. Und die Truhe uns holen. So, das gibt uns drei Bomben. Wuh! Und nochmal rein. Dann den nach links und durch rennen. Sehr schön. Dit, 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 dit. Und den rechten nehmen wir. Und das war der richtige. Den linken machen wir auch mal. Dann kommen noch Gegner. Okay. Das war's schon, was wir hier erledigen müssen. Dadurch kriegen wir hier das Herzteil. Dit, 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 dit. Weil wir das Wasser abgelassen haben. Für die, die das jetzt nicht so ganz verstanden haben. Fahre ich dumm... Nein, nein. Ich beleidige jetzt nicht aus Spaß. Sonst werde ich noch von YouTube gebannt. Ich kenne das nämlich schon von League of Legends. Gestern am Zocken. Auf einmal wird man rausgeschmissen. Guckt mal nach. Nein, was heißt guckt mal nach? Loggt mal wieder ein. Neuer Account wurde gebannt. Da denkt man sich auch so... Ach, scheiße. Ich bin falsch. Ich muss noch was holen. Scheiße. Ganz vergessen. Und da denkt man sich auch erstmal... WTZF. Dann guckt mal in die E-Mail. Und dann ist man gebannt. Beim Mann. Aus Spaß, Froschfresse und Fickfresse geschrieben hat. Boah. Ich meine, ich habe 25-10 gespielt. Das war sicherlich kein Grund für mich zu flamen. Ich habe die Dinger noch nicht. Aber es ist egal. Also wurde ich gebannt. Alter. Ich kann immer aufhören, mich zu treffen. Nein, da kommt ein Dinger, der mich hier wieder trifft. Habe ich schon den Mondenspiegel? Nein, ich war noch ganz jung in den Tempel. Okay. Oh, du meine Güte. So ganz schön konzentrieren ist gerade auch nicht ganz meine Sache. Ähm. Eigentlich wollte ich nicht dein Spiel spielen. Tschö. Ähm. Da will ich hin? Nein, da will ich auch nicht rein. Ich kann jetzt hier euren Streit mal schlichten. Boah, tut mir leid. Aber das Piepsen nervt mich mega. Och. So. Streit geschlichten. Und du lässt mich. Jetzt bitte durch. So. Hier lang. Dann hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Da oben lang. Und da runter. Und hier lang. Und zum Herzteil. 13 Sekunden. Sehr schön. Da haben wir das Herzteil. Ich frage mich, ob ich die Dinger aufheben kann. Ja, aber ich glaube nicht von vorne. Ja, weil ich kann hier runterspringen. Sehe ich gerade. Ja. Wird jetzt natürlich praktisch. Aber auch da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte da oben hin. Hm, 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 hm. Ähm. Genau da. Wir brauchen nämlich dieses Buch. Und. Da haben wir es. Was ist Buch? Mudora. Damit kannst du die alten Sprache der Yuridia. In Zephyr. Und jetzt fühle ich mich geil. Aber jetzt kommen wir auch weiter. Das hatte ich nämlich ganz vergessen. Für die, die jetzt das Spiel noch nicht kennen und nicht raffen, was abgeht. Ihr werdet es gleich sehen. Das hat alles eine logische Erklärung, warum der Wichser mich immer wieder trifft. Der soll sein Schild davor halten, wenn ich den anrenne. So wie so ein Boss. Hm. Hm. Ich könnte eigentlich auch noch hier nach rechts gehen. Mach ich noch eben fix. Gut, dann verrate ich es euch jetzt, weil ich euch sonst noch länger auf die Spanne halte. Der Eingang zum Tempel lässt sich nur öffnen, wenn man dieses Buch vorliest. Ansonsten ist der Weg mit Steinen versperrt. Scheiße. Scheiße. Ja, deswegen musste ich das noch holen. Das Buch hat allerdings noch andere Funktionen in diesem Spiel. Das werdet ihr auch noch sehen und mitbekommen. Aber das lasse ich jetzt... Oh, oh, oh. Ist hier ein Jump'n'Run. So. Ja, ist es auch noch. Fast. Ohne Jump. Ah, ich muss mich nochmal an die Steuerung gewöhnen. Also das geht mir gar nicht, dass ich immer den Scheißknopf da drücke. Ding, ding, ding. Und wir haben den magischen Eis-Stab gefunden. Klingt jetzt schwul, ist aber in Realität noch schwuler. Ich kann einfach nur auf die Gegner Eis machen und die werden fest. Also total useless. Fuck. Aber das ist nicht schlimm. Hier ist noch eine Fee. Oder Feen, ich weiß es nicht. Feen, das gefällt mir auch besser. So. So, ich habe eine Fee geflangen. Und in eine Flasche stecken. Und in eine Flasche stecken. Und jetzt können wir uns auf den Weg zum zweiten Palast machen. Entschuldigung, ich bin doch gerade erst aufgestanden. Um 4 Uhr nachmittags, falls es wen interessiert. Ja, ich bin hart. Ich mache um 4 Uhr nachmittags, aber fuck. Alter, wie lange bin ich durchsichtig? Finde ich geil. Hm, mhm, 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 na so. Jetzt müssten wir aber schon bald da sein. Wieder zur Wüste. Dann wird man nur nach links. Bis man gegen den Stein rennt. Und dann weiter nach links. Ach. Ich muss es gleich echt umlegen. Also es geht ja mal gar nicht. So. Da sind wir wieder. Hier oben ist nur eine Höhle. Oder war die auch in der Schattenwelt? Nein, die ist hier. Schneller reingehen. Wobei, da ist nur der Typ drin, stimmt. Der mir die Tipps gibt. Fuck. Okay. Gespräch mit mir. Das ist das Buch mit dir. Dann kannst du dir danke für deinen Tipp. Wahrscheinlich hat er mir gesagt, dass ich das Buch brauche. Vielleicht kriege ich noch einen Herzcontainer. Ich habe es vergessen. Ne. Doch. Doch, sehr schön. Gut, ich kriege hier nämlich noch einen Herzcontainer. Außerhalb des Tempels. Glaube ich. Habe ich jetzt nichts Falsches gesagt? Oder doch in der Schattenwelt. Scheiß drauf. Ich gehe davon aus, dass ich noch einen kriege. So. Und dann würde sich das ja gut machen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Äh, da. Da müssen wir hin. Ja, da ist er noch. Ich sag's doch. So. Ohne das Buch kommen wir hier nicht weiter, weil sich dieser Stein nicht verschiebt. Mit dem Buch sieht das anders aus. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhöht. Öffnet sich der Weg. Ich möchte, äh, das Trifos. Okay.